Hallo, grüß euch, ich bin der Fanglima. Ich zeige euch die Exfiltration extra, weil ich hier schon einige mal gescheitert bin. So wie gesagt, das zeige ich euch extra. Weil es jetzt wahrscheinlich nichts mehr zum sehen gibt, eh klar. Nein klar Leute, jetzt gibt es nichts mehr zu sehen. Jetzt haut es hin. Verstanden, untersuche und melde mich. Es sind zu viele, Rückzug, sofort. Also oben sind es jetzt so viele gekommen und jetzt kommen wir vielleicht keine mehr. Sensationell. Aber man hat es gleich geschafft. Es sind zu viele, Rückzug, sofort. So, doch noch geschafft. Dachte nicht, dass das jetzt so locker abläuft. Wir haben Amasi gesichtet. Ingenieure haben Roberts' Foto erkannt. Dann ist er der Deserteur und ein Verräter. Amajon. Die Ingenieure haben gesagt, sie haben an einem Damm Teile gesammelt. Turbinen, Motorteile, Schalter. Alles, was sie für den Bau einer industriellen Zentrifuge benötigen. Mist. Den Ingenieuren wurden die Augen verbunden und sie mussten durch unterirdische Tunnel. Also wissen sie nicht, wo das Labor mit der Zentrifuge sich befindet. Flostov? Hat die Arbeit überwacht. Wütend. Unhöflich. Hat rumgeschrien. Separatist oder Gesellschaft 23? Die Befehle kamen von Robert. Das Labor war voll mit gestärkten Soldaten in hochmoderner Ausrüstung. Also Gesellschaft 23. Ein paar Separatisten haben Routinearbeiten erledigt. Hast du die Koordinaten dieses Verstecks? Ich gebe sie John. Er muss sich zu Flostov durchschlagen. Er scheint die einzig verlässliche Informationsquelle zu sein. Ende. Nimm Satze hier. Wie du vielleicht weißt, wurden wir gefragt, die Schmuggler Routen der Separatisten zu verfolgen. Das taten wir. Wir haben einige Hinweise, die wir aufnehmen können. Sims wird während wir sprechen von unseren Leuten instruiert. Ich hoffe, das wird unsere letzte Aktion gegen die Separatisten sein. Bitte triff dich mit mir. So. Da tut sich einiges auf. Einiges Wichtiges. Auch wenn das eine Mini-Mini-Mini-Folge ist. Wurden hier viele Informationen preisgegeben. Wie es weitergeht, werdet ihr das nächste Mal sehen. Ich bin der Fanggamer. Macht das gut. Bis dann und... Ciao!